Super. Vielen Dank für die Anmoderation und vielen Dank fürs Kommen. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier mit uns in einem Raum ohne Fenster bei dem Beta zu dem Thema zuzuhören. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit der Qualitätsanalyse von Software-Systemen. Und wir haben in den letzten zehn Jahren sehr viele Teams in sehr vielen Domänen mit unterschiedlichsten Programmiersprachen begleitet. Und einer der sehr positiven Trends in den letzten zehn Jahren ist, dass die Menge an automatisierten Tests zunimmt. Also wir sehen, dass mehr automatisiert getestet wird als früher, wo vor allem manuell getestet wurde. Der Nachteil ist, dass typischerweise diese automatisierten Tests immer länger laufen, weil ich ja in einem neuen Release immer neue Features einbaue, die ich auch testen muss und nur relativ selten irgendwas ausbauen darf. Dadurch steigt die Zeit zwischen dem Moment, wo ich als Entwickler einen Fehler einbaue und im Testfall der Fehlschlägt und mir verrät, dass was kaputt gegangen ist. Und ironischerweise steigt es insbesondere bei den Systemen und bei den Tests, wo ein kurzer Feedback-Zyklus besonders wichtig wäre. Weil je komplexer das System, desto größer die Testsuite, desto länger die Testlaufzeiten. Und je stärker ich in Richtung End-to-End-Tests komme, wo das Debuggen eh schwierig ist, weil ich so viel Code durchlaufe, desto länger sind typischerweise auch die Ausführungszeiten von denen und desto schwieriger ist es, die zu debuggen. Und desto lieber hätte ich gerne kurze Feedback-Zyklen. Wir möchten in dem Vortrag mit der Test-Impact-Analyse einen Ansatz vorstellen, der auch bei sehr großen Testsuites hilft, sehr kurze Feedback-Zyklen zu schaffen. Und vorweg, bitte unterbrecht mich mit Fragen direkt. Es müssen auch keine wohlartikulierten Fragen sein, gern auch einfach Meinung oder Zweifel. Unser Ziel ist nicht, den Vortrag mit den Folien in der Reihenfolge durchzubringen, wie ich es mitgebracht habe, sondern dass ihr die Fragen zu dem Thema beantwortet bekommt, die euch interessieren. Ich werde im ersten Teil die Grundidee von Test-Impact-Analyse vorstellen und eine empirische Studie, die wir auf Open-Source-Systemen mit sogenannten Mutation-Based-Testen gemacht haben. Und im zweiten Teil wird Alex eine Case-Study vorstellen, die wir im RKTO gemacht haben, wo wir dankenswerterweise die Daten zeigen dürfen. Gerne. Nur, dass ich das jetzt gleich richtig einschätzen kann, und wenn Sie von langen Tests dauern sprechen, was meinen Sie damit? Welche Größenordnung meinen Sie damit? Komme ich gleich zu Größenordnung von Stunden bis Tagen. Also, hoffentlich sind die in vielen Teams schneller, aber wir sehen viele Kunden, wo es einfach sehr lang dauert. Bevor ich zum Inhalt komme, kurz zu meinem Hintergrund, dass ihr einschätzen könnt, wo die Erfahrungen herkommen. Ich habe bewusst nach wie vor ein berufliches Doppelleben. Ich bin auf der einen Seite Post-Doc an der TU München und leite da das Kompetenzzentrum für Software Maintenance in der Forschungsgruppe für Software Engineering. Ich habe den Job, weil mich interessiert, was relevant ist zu messen. Leider wird im Bereich Softwareanalyse meistens das gemessen, was einfach zu messen ist und nicht das, was relevant ist, zu wissen. Und vom Messen allein wird nichts besser. Vom Wiegen allein nehme ich leider auch nicht ab. Deswegen ist meine zweite Rolle, ich bin einer der Gründer der CQSE GmbH, in der Rolle interessiert mich, wie ein Werkzeug so aussehen muss, dass es auch was bringt in der Praxis. Also, dass wir einen Impact haben und nicht nur messen, sondern bessere Software bauen können. Unser Werkzeug heißt Teamscale. Das habe ich hier weniger als Werbezweck drauf, sondern vor allem, um gleich klarzumachen, ich bin hier natürlich biased. Also, ich bin wahrscheinlich nicht der objektivste Ansprechpartner für einen Vergleich unterschiedlicher Werkzeuge. Letzte Folie zu meinem Hintergrund. Das ist eine Auswahl für die Firmen, von denen wir arbeiten. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite viele betriebliche Informationssysteme. Bei einer München Rück, bei einer LV 1871. Wir sehen bei anderen viele, viel eingebettete Software. Wir arbeiten mit agilen Teams, wie beispielsweise bei der LV 1871, die sich Kent Beck himself als Coach ins Haus geholt hatten, also quasi Extreme Programming by the Book machen. Wir arbeiten aber auch für das Bayerische Landeskriminalamt, wo man vielleicht nicht unmittelbar an Agile denkt, wenn man sich vorstellt, wie die vielleicht Software entwickeln. Was ich sagen will, ist, die Erfahrungen, die ich in dem Vortrag vorstelle, sind nicht beschränkt auf eine Programmiersprache oder eine Domäne oder eine Organisationsform. Zum Inhalt. Wenn ich meine Tests automatisiere, dann mache ich das hier nicht nur, weil es mir zu monoton ist oder zu teuer ist, die jedes Mal von Hand durchzuklicken, sondern ich mache das auch, weil ich möglichst schnelles Feedback haben will zwischen dem Zeitpunkt, wo ich was kaputt mache und dem Signal, dass ich was reparieren muss. Kurze Feedback-Zyklen sind ja im Zentrum von allen möglichen agilen Überlegungen. Ich glaube, da muss ich auf einer Veranstaltung, die von der TNG organisiert wird, wenig Motivierungsarbeit machen. Gerade war die Frage, wie lang für mich lange Testlaufzeiten sind. Bei uns selbst laufen die Tests ungefähr eine Stunde, also zusammengenommen alle Unit-Tests, Integrationstests und auch End-to-End-UI-Tests. Ich habe im letzten Jahr mit einer deutschen Bausparkasse gesprochen. Wenn die in zehn Umgebungen parallel ihre End-to-End-Tests ausführen und die 24 Stunden durchlaufen lassen, laufen die drei Tage. Und wir arbeiten mit einem großen Automobilhersteller zusammen. Die haben Hardware-in-the-Loop-Test-Stelle, wo man in so einem Schrank so ein halbes Auto nachbaut, mit den Endgeräten drin, um auch im Bus-Kontext Sachen testen zu können. Und wenn die die 10.000 Testfälle durchführen und der 24 Stunden durchläuft, laufen die 20 Tage, um jeden Testfall einmal auszuführen. Das heißt, da bin ich schnell auf einer Größenordnung von Monaten zwischen ich mache eine Änderung und ein Test fällt um und sagt mir das. Vielleicht so kurz als Bild auch für die anderen. Bei wem laufen Tests? Wer hat Tests am Haus, die länger als eine Stunde laufen? Und zwar nicht nur die schnellen Unit-Tests, sondern alle automatisierten Tests, die irgendwie dabei sind. Bei wem laufen sie länger als zwei Stunden? Hand oben lassen? Bei wem läuft es länger als ein Tag? Also dann sind sie wahrscheinlich noch in verhältnismäßig guter Gesellschaft im Vergleich zu manchen Teams, die wir so sehen. Die Sicht, die ich jetzt gesagt habe, ist ja reduziert auf eine einzige Version, die ich teste. In diesen 20 Tagen in dem Hardware-in-the-Loop-Stand wird eine Version getestet. Die meisten Teams, die wir arbeiten, arbeiten aber nicht auf einem einzigen Branch, sondern mit Feature-Branches. Hier sind mal ein paar Screenshots aus unserem eigenen Versions-Kontrollsystem, als wir vor ein paar Jahren von Subversion auf Git gewechselt sind. Das war am Anfang ziemlich harmlos. So sah es dann nach ein paar Monaten aus. Inzwischen ist es noch viel bunter. Was ist hier der Hintergrund? Wir arbeiten mit einem Modell, wo wir für jedes Ticket, für jedes Feature, was jemand umsetzt, einen neuen Branch aufmachen. Und den mergen wir erst zurück, wenn das Code-Peer-Review durch ist. Und bei uns ist ein Code-Peer-Review erst dann durch, wenn die Probleme behoben sind. Nicht, wenn sie irgendwo aufgeschrieben sind. Das heißt, ich kann erst mergen, wenn ich mehrere Runden-Peer-Review in manchen Fällen durchgemacht habe. Das heißt aber, es kann sein, dass so ein Branch eine Woche oder zwei offen ist, wenn ich mehrere Runden gehen muss, bis mein Kollege Zeit hatte fürs Review. Wir haben 50 Leute in der Firma, die immer wieder an Code arbeiten. Das heißt, ich bin schnell bei ein paar hundert Branches, die offen sind. Und wenn ich hier erst merge, wenn ich meine Tests ausführe, erst in dem Moment, wo der Merge auf dem Master-Branch passiert, kann es ja sein, dass ich zu der langen Testlaufzeit noch ein paar Wochen habe, bis es überhaupt in den Tests kommt. Das heißt, die meisten Teams, die wir sehen, stehen von einer noch viel größeren Herausforderung. So, was kann man clever machen? Und die Grundidee hinter Test-Impact-Analyse ist nicht einfach, immer alle Tests drüber zu knüppeln, sondern auf die zu fokussieren, die am wahrscheinlichsten neue Fehler finden können. Weil man kennt es aus dem eigenen Testlauf, die meisten Tests finden ja erfreulicherweise meistens keinen Fehler. Und die Grundidee von Test-Impact-Analyse ist, die Tests so auszuwählen, dass die besonders stark auf den Eingriff auf den veränderten Code laufen. Und diese Grundidee ist so simpel und die kennen wir alle aus anderen Domänen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, wir kennen es alle von Röntgenbildern. Das hier ist eine Kniescheibe, wo man die Fragmente der Kniescheibe sieht, die hier so mit einem Draht zusammengefasst sind. Das ist meine Kniescheibe, so sah die heute von einem Jahr aus. Warum habe ich die drauf? Weil, als ich aus dem Krankenhaus anlassen wurde nach der OP und zum niedergelassenen Orthopäden kam zur Nachsorge, habe ich gelernt, dass Nachsorge auch einen Teil Qualitätssicherung bedeutet. Und ich fand das Spannende, dass der von mich nicht gefragt hat, wo tut es mir weh. Der hat kein Blutbild mit mir gemacht, der hat ausschließlich mein Knie angeschaut. Der hatte das Röntgenbild, der hat nur geguckt, sind die Teilimpositionen, wie geht es hier der Narbe und solche Sachen. Das heißt, der hat geguckt, ist der Eingriff, den der Chirurg gemacht hat, wie geht es dem. Der hat keine anderen Sachen angeschaut. Und ich möchte die Metapher auf Testen übertragen. Und dafür möchte ich erst über die Daten sprechen, die wir hierzu verwenden können und dann auf die Algorithmen eingehen, wie wir das machen. Und grundsätzlich müssen wir zwei Arten von Daten anschauen, nämlich was hat sich verändert und dann welcher Test läuft wo drüber, um das auswählen zu können. Und ich verwende, um solche Daten zu betrachten, gerne sogenannte Tree Maps. Hier ist eine Tree Map von unserem eigenen Werkzeug TeamScale, ungefähr eine Millionen Zeilen Java und JavaScript. Und jedes Rechteck repräsentiert eine Komponente. Flächeninhalt korrespondiert mit Anzahl Zeilen Code. Jetzt zoome ich eine Ebene rein, jetzt ist jedes Rechteck eine Klasse und noch eine Ebene weiter rein, jetzt ist jedes Rechteck eine Methode, so ungefähr 50.000 Methoden. Und immer noch gilt, je größer ein Rechteck, desto größer ist die dazugehörige Methode in Zeilen Code. Und was ich jetzt mache, auf den nächsten Folien ist die Dimension Farbe verwenden, um unterschiedliche Daten zu visualisieren. TeamScale ist ein statisches Analysewerkzeug, was unter anderem Java versteht. Das heißt, wir müssen immer, wenn eine neue Java-Version rauskommt, unser Scanner und Parser anpassen, damit die neues Java noch verstehen. Und ich habe hier als ein Beispiel ein Ticket, wo wir Lambda-Expressions unterstützt haben. Und auf der Tremap seht ihr, was sich hier verändert hat. Grau bedeutet, Code ist unverändert. Rot ist Code, der für dieses Ticket neu entstanden ist. In dem Fall hat der Andreas, der das umgesetzt hat, vier Tage daran entwickelt. Und orange ist Code, den gab es vorher schon, aber der ist angepasst worden im Rahmen der Implementierung dieses Tickets. Ich verwende die gleiche Tremap, um Test-Coverage darzustellen. Grau bedeutet im Test nicht ausgeführt, grün bedeutet im Test ausgeführt. Das ist jetzt ein Ausschnitt unserer Test-Suite, ist nicht unsere gesamte Test-Coverage. Und ich denke, die meisten kennen, dass man häufig mit, für Java-Systeme mit Jacoco, für andere Sprachen, mit anderen Werkzeugen, im Bild aufzeichnet, für die Unit-Tests, was wird denn dadurch laufen. Für die Test-Impact-Analyse wollen wir das viel feingranulare aufzeichnen. Und zwar zeichnen wir für jeden einzelnen Testfall auf, wo der durchläuft. Und um ein Gespür dafür zu geben, wie reichhaltig die Daten sind, mit denen wir da arbeiten können, haben wir uns die Mühe gemacht, für uns mal eine Animation zu machen, die zeigt, welche Tests laufen wodurch. Die Grundidee ist, ich nehme jetzt pro Sekunde 30 Frames, alle Methoden, die von einem Test ausgeführt werden, werden in einem Frame weiß und dann grünen die so langsam aus, dass wir sehen, wo wir überall vorbeigekommen sind. Hier war ein Komponententest, der durch diese ganzen Methoden durchgelaufen ist. Ein anderer Test, der Unit-Test-artiger ist, viel weniger Code durchläuft, hat diese durchlaufen. Und ich starte jetzt unsere Test-Suite. Jetzt sehen wir, pro Sekunde laufen 30 Tests durch und ich sehe, wie sich in manchen Bereichen unterschiedliche Tests immer wieder bewegen. Ich sehe Bereiche, in denen sich nicht viel tut und kriege so hoffentlich ein besseres Gespür dafür, wie viele Daten ich da aufzeichnen kann, um besser zu verfolgen, welcher Test läuft wodurch. Hier vielleicht eine Randbemerkung. Wir waren als Firma im letzten September im Finale des Deutschen Gründerpreises beim ZDF. Die anderen beiden Finalisten haben Gewürze und Batterien hergestellt und das ZDF hat uns ein Filmteam geschickt mit der Aufgabe, einen 2-Minuten-Image-Film über uns zu produzieren. Wir waren schon ganz gespannt, wie die sich da vorbereiten und was sie mit uns machen wollen, weil Batterien und Gewürze haben wir uns einfach vorgestellt und Software, Qualitätsanalyse, Software, nicht so einfach. Die hatten sich leider überhaupt nichts überlegt und hatten uns gefragt, ob wir nicht so einen Matrix-Bildschirmschoner anmachen können, indem wir da vorsetzen. Das wollten wir unter keinen Umständen und der Kompromiss war diese Animation. Also falls jemand über dieses Video stolpern sollte, das ist der Grund, warum die im Hintergrund die ganze Zeit zu sehen ist. So, zurück zum Inhalt. Das war das Ticket, was wir geändert haben. Wenn wir jetzt mit RetestAll unsere Tests drüber laufen lassen, dann testen die natürlich, als gäbe es kein gestern, die gleiche Funktionalität in der gleichen Reihenfolge wie beim letzten Mal. Und immer noch gilt die gleiche Farbsemantik, aller roter und orangener Code, der irgendwann durchlaufen wird, wird grün. Das heißt, alles, was hier rot und orange bleibt, wird von keinem der Test durchlaufen. Was eigentlich auch nicht überraschen darf, weil die Tests haben wir ja gebaut, bevor in Java überhaupt rauskam, es gibt irgendwie Lambda-Expressions, deswegen hat kaum einer der Tests irgendwas getestet, was dafür relevant ist. Um das abzukürzen von unseren gut 4000 Testfällen, knapp 5000, sind vier überhaupt nur durch Änderungen gelaufen, die im Rahmen von dem Ticket erzeugt wurden. Und alle anderen Testfälle können keinen Fehler finden, der dadurch entstanden ist. Weil wenn keine Änderung ausgeführt wird, kann ich auch keinen Fehler finden, der dadurch reingekommen ist. Und die Grundidee von Test-Impact-Analyse ist, sich dieses Optimierungspotenzial zur Nutze zu machen. Also, die eine Sicht ist, dass Verschwendung ist, diese ganzen Tests auszuführen. Die andere Sicht ist, dass Optimierungspotenzial was wir nutzen können. Und die Grundidee ist, in zwei Schritten vorzugehen. Vielleicht kurzer Exkurs. Es gibt einen ganzen Forschungsbereich von Jahrzehnten mit hunderten von Veröffentlichungen, die verschiedene Verfahren vorschlagen. Und wir haben ein Verfahren kombiniert, was zwei Schritte macht. Der erste Schritt ist, wir selektieren die betroffenen Testfälle. Ein Testfall ist dann betroffen, wenn er mindestens eine Zeile Code ausführt, die sich verändert hat, seit dem letzten Lauf. Dadurch schmeißen wir alle Testfälle raus, von denen wir wissen, sie können keinen neuen Fehler finden. Wenn wir die jetzt ausführen würden, dann wären manche Testfälle erfolgreich und manche würden fehlschlagen, hier ist unvisualisiert durch so ein X. Ja? Ja? Woher wissen Sie, welche Zeilen alle ausgeführt werden? Also eine neue Zeile kann eine alte Zeile callen, ohne dass der Test davon weiß? Woher wissen wir, welche Zeilen ausgeführt werden? Wir schneiden einmal mit bei einer Test-Suite-Ausführung, wo läuft welcher Test durch und dann jedes Mal, dann wissen wir auf Basis der historischen Coverage-Daten, welche Tests müssen wir auswählen und wenn ein neuer Test dazukommt oder ein Testfall geändert wird, dann führen wir den automatisch auch aus. Das ist nachdem Sie das erste Mal die Test-Suite durcheröffnen lassen. Ja. Aber ich produziere neuen Code und ich möchte diesen Code jetzt testen und ich triggere damit eine Funktion, die vorher von dieser Funktion, die ich jetzt angepasst habe, nicht getriggert wurde. Ja, aber der Code, den Sie ändern oder neu dazuschreiben, der wird ja von irgendwo aufgerufen, damit er ausgeführt werden kann. Und diese Stellen wissen wir, welche Tests da durchläufen. Deswegen wissen wir auch, welche Tests das potenziell. Also es kann sein, dass hier eine Obermenge ist, dass wir eine Obermenge von Tests auswählen, wo ein paar dabei sind, die durch den neuen Code doch nicht durchlaufen. Aber es ist eine konservative Abschätzung, das heißt, jedenfalls für Systeme, die sich eine Reihe von Regeln halten, erwischen wir alle Tests, die durch geänderte Regionen laufen. Danke für die Frage. Es kann aber sein, dass das immer noch sehr lange dauert. Also dass wir eine relativ große Menge selektieren. Und was uns ja interessiert ist, den ersten Fehlschlag möglichst früh zu kriegen, weil wir in dem Moment schon sagen können, wir halten ein Bild an oder wir deployen gar nicht erst in eine spätere Testphase oder wir geben den Entwickler Feedback, da schon mal rein zu debuggen. Und in der idealen Welt würden wir gerne alle Fehlschläge nach vorne sortieren, weil wir dann sehr früh bremsen können. So genau kriegen wir es natürlich nicht hin. Wenn wir so genau analysieren können, welche Tests fehlschlagen, dann müssen wir die gar nicht ausführen. Da sind auch ein paar unentscheidbare Probleme dahinter. Und es gibt jetzt wieder einen eigenen Forschungsbereich, der sich bloß mit Priorisierungsverfahren auseinandersetzt, um die Testfehlschläge möglichst wahrscheinlich nach vorne zu sortieren. Ich mache den Satz noch zu Ende. Und die Heuristik, die wir aus vielen ausprobiert haben, die am besten funktioniert, ist die, die immer den Test als nächstes ausführt, der pro Sekunde Testausführung am meisten geänderte, bisher nicht durchlaufende Zeilen durchläuft. Nochmal, ich nehme immer den Test als nächstes, der pro Sekunde Testausführung am meisten geänderte, bisher nicht durchlaufende Zeilen durchläuft. Ist leider ein NP-hardes Optimierungsproblem, das kann man irgendwie auf Binpacking reduzieren oder so, aber es gibt Greedy-Heuristiken, die das sehr effizient approximieren und in der Praxis auch noch schnell ausführbar sind. Weil wenn ich jetzt hier stundenlang hinoptimieren würde, um drei Minuten Testausführung zu sparen, hätten wir auch nichts gewonnen, aber das können wir auch für sehr große Systeme in ein paar Sekunden berechnen. Und dadurch ist das Ziel, eine Welt, wo ich sehr viele Tests habe, in was umzukehren, wo ich sehr früh einen ersten Fehlschlag habe und eben von so einem Bild auf so eins komme. So, hier war noch eine Frage. Was ist mit Smoke-Tests? Können Sie mir noch ein bisschen mehr Kontext geben? Also, haben Sie größeres Juten laufen, die dann halt vorher Smoke-Tests laufen haben oder dedizierte Smoke-Tests, die halt regelmäßig laufen oder nur nachts laufen oder die halt ab vom normalen Zyklus laufen, sag ich mal? Also, was man immer machen kann, ist Test-Impact-Analyse als ein Werkzeug einsetzen für eine gewisse Menge an Tests. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem sinnvoll sein kann, eine andere Menge an Tests zu haben, die man nur ausführt. Also, wenn ich eine kleine Smoke-Test-Menge habe, die schnell genug ist, mache ich für die vielleicht keine Test-Impact-Analyse. Oder wir haben andere Kunden, die sagen, sie haben einen sogenannten Basistest-Set. Da sind die Tests drin, wo wenn Fehler auftreten würden, der Schaden katastrophal wäre. Also, wir haben beispielsweise früher für Winko und Nix aufgearbeitet, die bauen Geldautomaten und die haben immer getestet, ob ich mit einer falschen Pin Geld abheben kann. Weil der Schaden wäre so groß, dass sie sagen, selbst wenn es völlig ausgeschlossen ist, dass das nicht mehr funktioniert, weil wir da nichts dran geändert haben, es wird trotzdem getestet. Und in so einem Setting würde ich diese Basistests immer ausführen und für den Rest Test-Impact-Analyse machen. Vielleicht kann man Smoke-Tests, je nachdem wie lange die laufen, in die eine oder andere Menge packen. Danke für die Frage. So. Vom Verfahren ist es so, wir müssen vorbereitend, das ist vorhin schon angeklungen, einmal alle Tests mitschneiden. Vielleicht war ja noch die Frage. Meine Sorge wäre, dass ich jetzt damit doch eine relativ strenge Reihenfolge der Tests reinbekomme, mit der ich sie wahrscheinlich ausführe. Und Tests sollten theoretisch unabhängig sein, aber praktisch passiert es dann doch hier und da, dass da Kopplungen da sind. wie stellen Sie sicher, dass ich quasi den Zufälligkeitsfaktor, der eigentlich auch wichtig bei Tests ist, dann trotzdem noch da ist? Auch eine sehr berechtigte Frage. Die Test-Impact-Analyse machen wir für jeden einzelnen Testlauf. Das heißt, abhängig davon, welche Änderungen seit dem letzten Lauf waren, selektieren wir eine andere Menge mit einer anderen Reihenfolge. Dadurch müsste das Problem einigermaßen im Griff sein. Wird vielleicht klarer zwei Folien in der Zukunft. Ich stelle die Frage kurz zurück. Die Grundidee ist folgende. Wir müssen in der vorbereitenden Phase einmal alle Tests vermissen, dass wir für jeden Test wissen, wo läuft der durch. Und das machen wir nicht nur für Unit-Tests, sondern das machen wir für alle automatisierten Tests. Hier ist mal eine Zeitraffer- Darstellung von unseren Selenium-UI-Tests, wo man hier im Zeitraffer sieht, wo laufen die drüber und hier sieht man, welche Tests, welche Bereiche im Code werden dabei durchlaufen. Ich habe das extra nochmal drauf, weil wir häufig in der Praxis sehen, dass man Coverage-Werkzeuge bloß für Unit-Tests einsetzt. Aber ganz platt gesagt, dem Coverage-Profiler ist es völlig egal, ob der ein Unit-Test beobachtet oder ein End-to-End-Test oder sogar einen manuellen Test, wo ein Mensch sich durchklickt. Und wenn wir das einmal aufgezeichnet haben, können wir für jede Testausführung gucken, was hat sich im Versions- Kontrollsystem geändert seit dem letzten Testlauf. Wir nehmen die Coverage-Daten vom letzten Lauf und machen dann die Selektion und Priorisierung, sodass wir die Teilmenge der Tests in der Reihenfolge ausführen können, wie Sie am schnellsten neue Fehler finden. Ist das dadurch ein bisschen klarer? Ich habe bei jedem Lauf eine andere Teilmenge mit einer anderen Reihenfolge. Wenn Sie den Eindruck haben, dass in Ihrem System dadurch häufig die gleiche Reihenfolge ist, könnte man hier immer noch einen Randomisierungsschritt einbauen, wo man irgendwie umsortiert. Ja, den Randomisierungsschritt glaube ich, würde ich in dem Fall dann doch brauchen, weil wenn ich den Extremfall habe, ich habe einen Test, der ist extrem langsam und läuft über ziemlich viel L-Code drüber und der funktioniert immer dann nicht, wenn er als erster Test läuft, weil alle anderen Tests zum Beispiel die Datenbank schon soweit vorbereitet haben, dann müsste der einmal als erster laufen, damit er auch hinfällt. Das ist ein klassischer Blinker halt. Das stimmt, wobei ich das vielleicht auch in den Griff kriege, wenn ich einmal im Monat alle Tests erst vorwärts sortiert und dann rückwärts sortiert ausführe, um zu sehen, ob es irgendwelche Fehlschläge gibt, die bloß falschrum sortiert sind. Ich habe noch eine zweite Antwort. Wir können vielleicht im Nachgang auf die Frage nochmal eingehen, wenn die noch offen bleibt. Natürlich gibt es Grenzen. Also es gibt manche Änderungen, die betreffen alle Tests. Wenn ich beispielsweise meine Testdaten alle ändere, dann weiß ich nicht mehr, was bedeutet es für die Coverage an Tests, die ich vorher aufgezeichnet habe und müssen wir potenziell wieder alle ausführen. Wenn sich ein Test selbst ändert, muss ich den wieder ausführen, weil ich nicht weiß, ob die Coverage noch stimmt. Und ich möchte den Punkt nochmal hervorheben, für die, die hinten sitzen. Es gibt keine Garantie, dass die selektierten Tests alle Fehler finden. Was meine ich damit? Es gibt in der Literatur eine Menge sogenannter sicherer Selektionsverfahren, die garantieren einem, dass die Teilmenge der selektierten Tests die gleichen Fehler findet wie die Gesamtmenge der Tests. Die haben in der Praxis zwei Probleme. Erstens machen die Annahmen, die in der Praxis meistens nicht erfüllt sind. Die nehmen nämlich an, dass ich, wenn ich die gleichen Tests auf dem gleichen Stand des Systems hundertmal ausführe, ich hundertmal den gleichen Code durchlaufe. Das ist in der Praxis aber häufig nicht so, weil ich oft irgendwelche Race Conditions habe oder unterspezifizierte Testfälle, sodass ich das leichter unterscheiden kann. Zweitens haben die noch viel blödere Eigenschaften, dass diese sicheren Verfahren oft eine Teilmenge selektieren, die fast die Gesamtmenge ist. Also da spare ich in der Praxis nicht mehr. Deswegen haben wir Verfahren implementiert, die nicht versuchen, auf Teufel komm raus sicher zu sein, aber eine sehr hohe Ersparnis in der Praxis in Zeit bringen. Und unser Vorschlag ist, häufig die Impacted-Tests auszuführen und manchmal trotzdem alle Tests. Dadurch kriege ich trotzdem sehr viel schnelleres Feedback zu den neuen Fehlern, finde aber die wenigen, die durchrutschen, falls was durchrutschen sollte, immer noch, immer mal wieder. Das heißt, wir setzen es bei uns selber so ein. Auf allen unseren Feature-Branches filmen wir nur die Impacted-Tests aus in der Reihenfolge, wie sie schnell Fehler finden. Auf unserem Master-Branch, da laufen aber immer alle Tests. Das heißt, bei fast allen Testausführungen sparen wir eine Menge Zeit, aber falls uns was durchrutschen sollte, erwischen wir das immer noch im Merge auf dem Master. Nur ganz kurz, was heißt denn immer? Also, werden die täglich ausgeführt, laufen die zum Beispiel jede Nacht durch oder? Bei uns nach jedem Commit. Nach jedem Commit. Auf jedem Branch. So, und die spannende Frage ist jetzt natürlich, was bringt es? Und abstrakt gesagt, ist klar, wenn ich wenig Zeit investiere, um Impacted-Tests auszuführen, finde ich nur einen kleinen Teil der Fehler. Wenn ich mehr Zeit investiere, finde ich mehr Fehler. Und was auch klar ist, dadurch, dass die Verfahren in der Praxis nicht sicher sind, um sicher alle Fehler zu finden, die die Gesamt-Tests wie finden kann, muss ich alle Tests ausführen. So, und die spannende Frage ist jetzt, finde ich mit einem sehr kleinen Teil der Zeit einen sehr großen Teil der Fehler. Und dafür haben wir für den zweiten Teil des Vortrags zwei Studien, die das tiefer betrachten. Bevor ich da reingehe, gibt es noch Fragen zur Grundidee von Test-Impact-Analyse. Ja? Also, Ihre Verfahren sind jetzt quasi darauf optimiert, ein bestimmtes Subset an Tests auszuführen. Aber man hat auch an Ihren Animationen schon gesehen, dass Sie sehr viele Tests haben, die dieselben Codestellen durchlaufen. Eigentlich wäre ja auch ein Tool schön, das quasi prüft, dass die Tests möglich orthogonal sind, also dass man gar nicht so viele Tests hat, die alle durch das Gleiche durchlaufen. Was da ja ein bisschen mitschwingt, das war jetzt ja keine klassische Frage, sondern mehr ein Kommentar, aber auch dafür vielen Dank. Was da ja mitschwingt ist, ist es nicht trotzdem eine gute Idee, eine richtige Test-Pyramide zu haben, wo ich sehr viele Unit-Tests habe, ein paar Integrations-Tests und wenige UI-Tests. Ja, bin ich nach wie vor der Meinung, aber einer der Umdenkprozesse vom Weg aus der Forschung in die Praxis ist, dass wir besser oder mehr versuchen, mit dem klarzukommen, was in der Praxis da ist. Weil die meisten Teams, die so einen Ice-Cream-Cone of Death haben, wo ich wenig Unit-Tests habe und sehr viele manuelle Tests oben, die machen es ja nicht, weil sie es für eine gute Idee halten. Denen ist ja auch klar, dass sie mit einer Test-Pyramide viel einfacher leben würden. Und wenn man da von der Kanzel predigt, warum macht ihr es nicht anders, hilft es keinem, weil es meistens Gründe dafür gibt, dass das System so gewachsen ist, dass es nie auf automatisierte Testbarkeit geachtet wurde und es sehr schwierig ist, das schnell reinzukriegen. Die Frage zählt ja auch ein bisschen in die Richtung, ob das Tooling nicht eigentlich schon viel Voraussetzungen bringen würde, um zumindest mal zu visualisieren, welche Tests vielleicht unnötig sind, weil sie tatsächlich vom anderen Test komplett schon mit gecovert sind oder? Ja, also tatsächlich, um da noch eine Bemerkung zu machen, dadurch, dass wir jetzt Test-Fall-spezifische Coverage-Staaten haben, können wir eine Menge zusätzliche spannende Sachen machen. Wir können zum Beispiel gucken, welche Tests können wir rausschmeißen, ohne Coverage zu verlieren. Oder wir können gucken, wenn wir Test- Impact-Analyse-Fall rumlaufen lassen, also sehen, welche Tests liefen vorher durch und schlagen jetzt fehl, obwohl sich ihr Code nicht verändert hat, wissen wir, es sind Blinker oder es liegt an Umsystemen, was das Debugging vereinfachen kann. Außerdem können wir Failure-Clustering machen und andere Techniken. Sprengt ein bisschen den Vortrag, ist aber trotzdem ein spannender Datenschatz, den wir heben können, um noch mehr Test-Fragen zu beantworten. So, hier war noch eine Frage. Ich habe eine ganz kleine spezifische technische Frage. Sie haben erwähnt, Sie haben Ihren eigenen Java-Parser geschrieben. Gab es da nichts Verwendbares? Doch, kurzer Ausflug. Wir unterstützen in der Statischen Analyse über 30 Sprachen. Und für sowas wie Java findet man natürlich gute Open-Source-Parser. Aber wir unterstützen auch Sprachen wie J-Punter, M-Text, Clue oder IEC 61131. Da gab es natürlich keine Parser. Und wir haben ein Framework für sogenannte Shallow-Parser, die sehr robust sind und auch mit unterschiedlichen Dialekten zurechtkommen. Und das haben wir halt konsistent für alle Sprachen. Wir haben für manche der Datenflussanalysen, aber auch Java-Parser, die wir von der Stange verwenden. So, letzte Frage, bevor ich zur Studie kommen. Genau. Wir hatten jetzt den Fall, dass wenn man den Code verändert, dass dann Tests hinfallen können. Aber es könnte ja genauso gut sein, dass durch die Änderung von Dependencies Tests hinfallen. Wie wird da an der Stelle mit umgegangen? Die Dependencies kennen wir. Also sind es Dependencies im eigenen Code oder außerhalb? Naja, Libraries, die man halt einbezieht. Man könnte solche Libraries mit einbeziehen in diese Analyse. Also Coverage wird eher auf dem Binary, also im Java-Fall auf Jars erhoben. Und wir können auch ein Delta zwischen den Library-Versionen berechnen, wenn wir die disassemblieren oder so. Meistens ist es aber für den eigenen Code spannender. Aber grundsätzlich würden diese Techniken dafür auch funktionieren. Wenn man die ausblendet und was nicht mehr funktioniert, weil sich eine Library geändert hat, findet man es immer noch in dem Gesamtlauf. So, spannende Frage, was bringt es? Und um zu beantworten, was es bringt, braucht man natürlich eine unheimliche Menge an Fehlern. Und die haben wir uns auf zwei Arten besorgt. Was ich noch vorstelle, ist ein sogenannter Mutation-Based Benchmark, bevor Alex ein System von Mercateo beleuchtet, was wir da gefunden haben. Die Idee von einem Mutation-Based Benchmark ist folgende. Wir nehmen uns eine Reihe von Open-Source-Systemen und spielen automatisiert Fehler ein. Wie bei sogenanntes Mutation-Testing, wo wir was kaputt machen. Das hat den Vorteil, dass wir es automatisiert viele tausend Mal machen können und wir wissen, wo der Fehler ist. Und weil es zu einfach wäre, wenn wir bloß einen Fehler einspielen würden, weil dann wäre es ja eine kleine Änderung, wo direkt was kaputt ist, haben wir uns zusätzlich Änderungen aus der Versionshistorie von den Systemen genommen. Das heißt, wir nehmen von dem System die Baseline, nehmen einen Sprung bis zu einer Major-Version, also zwischen zwei ganzen Releases der Software, nehmen alle Änderungen dazwischen und spielen einen Fehler ein, von dem wir wissen, wo er ist. Und dann führen wir die gesamte Test-Suite aus und machen Test-Impact-Analyse und vergleichen die Ergebnisse. Und wir haben uns im Grunde genommen drei Fragen angeschaut. Erstens, wie viel Prozent der Fehler finden wir, wenn wir bloß die Impact der Tests ausführen? Und zweitens, wie schneller wird es in unterschiedlichen Dimensionen? Und die erste Frage, wie viel Prozent der Fehler finden wir, wenn wir nur die Impact der Tests ausführen? Die ist ganz schnell beantwortet. Wir haben fast alle gefunden. Wir haben, glaube ich, 99,8% der vielen tausend Fehler gefunden, die wir reinnotiert haben. Und die 0,2%, die wir nicht gefunden haben, die lagen in den meisten Fällen nicht daran, dass uns da durchgerutscht ist, sondern dass es Blinker waren. Also flatternde Tests, die halt in dem einen Lauf drin waren, in dem anderen nicht. Das ist blöd und Pech, das ist aber ein orthogonales Problem zur Test-Impact-Analyse. Also muss man sich getrennt anschauen. Wo ich tiefer drauf eingehen will, ist, wie viel Zeit kann ich sparen, wenn ich selektierte Tests nur ausführe oder auch die Priorisierung mache. Und für die erste Frage haben wir uns, für diese Frage haben wir uns angeschaut, wie viel Zeit spare ich, wenn ich alle selektierten Tests ausführe? Und da haben wir uns diese Systeme angeschaut, eine Reihe von Open-Source-Java-Systemen und TeamScale selber. Wir nehmen in solchen Studien immer gerne unser eigenes Werkzeug rein, weil wenn irgendwas komisch ist, merkt man das am eigenen Daten am leichtesten. Und die in Sekunden laufen die zwischen einer Sekunde bis zu 1200 Sekunden von der Verteilung. Und wenn wir, wir haben jetzt für jedes System hunderte von Fehlern eingespielt, gebaut, alle Tests ausgeführt und geschaut, wie viel schneller ist es mit den selektierten Tests. Und da streuen die Ergebnisse extrem. Im besten Fall, wie bei den Apache Commons, sparen wir im Schnitt 98% der Zeit, um alle fehlschlagenden Tests zu finden. Im schlechtesten Fall sparen wir überhaupt nichts. Also der Symmia Pasa ist hier unten, da haben wir einfach im Schnitt überhaupt nichts gespart. Im Durchschnitt sind es 64%, die wir einsparen. Aber die spannendere Beobachtung ist, ich lese es hier vor, weil man es von hinten nicht sehen kann. Die Einsparung bei der Erkennung aller fehlten geschlagenen Tests schwankt sehr stark. Und das ist irgendwie unbefriedigend und die spannende Frage ist, woran liegt es? Und die Antwort ist, dass es davon abhängt, wie die Tests geschnitten sind oder was zu der Frage davor passt, wie gut passen die in die klassische Testpyramide. Wenn ich Unit-Testartige Tests habe, also die, wo die meisten Tests relativ wenig Code ausführen, dann funktioniert die Selektionsphase herausragend gut. Wenn ich wenige Methoden verändere und da nur sehr wenige Tests durchführen, dann kann ich einen Großteil rauslassen. Wenn ich End-to-End-Tests habe, schaut es aber ganz anders aus. Das hier ist ein Video von unseren End-to-End-Tests. Alles, was hier weiß ist, ist das, was ein einziger Selenium End-to-End-Test durchläuft. Wenn ich das starte, sieht man, dass es ganz viel Code hier in der Mitte gibt, der wird von fast allen Tests durchlaufen und jeder Test durchläuft sehr viel Code. Aber wenn ich eine Methode ändere, die von allen Tests durchlaufen wird, dann kann sich meine Selektionsphase auf den Kopf stellen, die wird nie irgendeine Ersparnis erzeugen. Was können wir machen? Die zweite Frage, die uns interessiert hat, ist, wie schnell dauert es denn, bis ich den ersten Fehlschlag finde? Weil häufig sorgt ein Fehler dafür, dass mehrere Tests umfallen und in dem Moment, wo ich den ersten Fehlschlag finde, kann ich meinen Bildschirm anhalten und kann es Feedback geben, dass ich einschaue. Und was wir dafür gemacht haben, ist, die Test-Impact-Analyse zu starten und nach einer gewissen Zeit abzuschießen. Und zwar nach 1% der Zeit, die es dauern würde, alle Tests auszuführen, nach 2%, nach 5% und 10%. Und jetzt bekommen wir ein viel einheitlicheres Bild. Nämlich im schlechtesten Fall haben wir in 1% der Zeit 61% aller einmutierten Fehler gefunden. Also nicht 0% Ersparnis, sondern hier haben wir in 1% der Zeit, die es kosten würde, die gesamte Test-Suite auszuführen, für 61% der fehlerhaften Versionen gefunden, dass da mindestens ein Fehler drin ist. Und im Schnitt war das für 80 oder im Median hier war das für 80%. Wenn wir 2% spendieren, ist der schlechteste schon bei 77% und im Median sind wir bei 90%. Und wenn wir mehr Zeit spendieren, wird es natürlich noch ein bisschen besser. Und vorhin war die Frage, was passiert denn, wenn ich einen sehr langen Test hinzufüge? Also wenn ich quasi einen Denial-of-Service-Angriff auf meine Test-Suite mache, indem ich einen Test einchecke, der irgendwie 2 Stunden läuft. Und die Antwort ist, dass die Test-Priorisierung den nach ganz hinten sortiert, außer es ist der einzige Test, der diese Änderungen durchläuft. Und das ist, glaube ich, genau das Verhalten, was ich haben will. Also wir sortieren ja nach, wie viele geänderte Zeilen, die bisher nicht ausgeführt sind, durchläuft ein Test pro Sekunde. Und da ist so ein sehr langsamer Test sehr weit hinten. Außer er hat das beste geänderte Zeilen pro Sekunde Verhältnis aus allen verbleibenden Testfällen. Das heißt, das Verfahren ist auch sehr robust gegenüber schlechten Tests, die hinzukommen. Also zusammengefasst, wir finden in 1% der Zeit im Median 80% aller neuen Fehler und in 2% der Zeit im Median 90% aller neuen Fehler. Gibt es Fragen zu den Studien? Bevor wir zu der Merkateo-Fallstelle kommen. Ja? Wenn ich jetzt mehrere Tests habe, die den gleichen Code auch testen, dann ist es ja nicht völlig egal, bei welchem ich den Fehler entdecke. Weil wenn ich jetzt irgendwie einen End-to-End-Test habe, sehe, der funktioniert nicht, finde ich sehr viel schlechter die Methode, wo was schief gegangen ist, als wenn ich den Unit-Test habe, der eben nur die kurze Methode testet. Gibt es da irgendwie Erfahrungen, ob auch die richtigen Tests oder die, die es mir leicht machen, die sind die? Der Unit-Test hat wahrscheinlich ein viel besseres Verhältnis aus, wie viel, wie schnell der ist. Deswegen wird der weit vor den End-to-End-Tests sortiert in der Priorisierung. Dadurch ist unwahrscheinlich, dass als erster der fehlschlägt. Und was man immer noch machen kann, selbst wenn wir sehr frühen Fehler finden und Entwickler benachrichtigen, spricht ja nichts dagegen, die Tests noch weiter laufen zu lassen. Wir könnten immer noch alle ausführen, vielleicht reagiere ich ja gar nicht gleich und habe dann alle Tests, Fehlschlagdaten, die ich mir irgendwo abziehen kann. Also die Zahlen klingen ja voll super, von dem her würde mich interessieren, wie realistisch sind denn diese Bugs, die da mit Mutationstesting eingebaut sind? Sind das solche, die auch in echt passieren? Das ist eine hervorragende Überleitung zur nächsten Studie. Ich nutze das gleich. Alex, bitteschön. Danke Elmar für die Einführung. Wie komme ich dazu, dass ich heute die Ehre habe, mit Elmar am Big Tech Day über Test-Impact-Analyse zu sprechen? Also ich bin Software-Consultant bei TNG und vor meiner Consulting-Zeit habe ich Informatik studiert an der TU München und durfte mit Elmar meine Masterarbeit zur Test-Impact-Analyse schreiben. Diese Masterarbeit war eine konkrete praxisnahe Fallstudie bei Mercateo. Mercateo ist ein B2B, eine B2B-Online-Betriebsplattform. Technisch handelt es sich bei der Plattform um circa 4,3 Millionen Lines of Code, hauptsächlich in Java geschrieben, 736 Maiden-Submodule. Das System wird von circa 60 Entwicklern seit 2001 entwickelt und die Laufzeit von den lokalen Tests sind circa 37 Minuten. Ja, das geht noch schlimmer, aber das ist schon auf jeden Fall ein Pain-Point. Und eben auf die Überleitung gesprochen, was war das Ziel der Arbeit zu verifizieren, ob diese Mutation-Based Testing-Studien auch, wenn wir konkrete, richtige Fehlerdaten suchen, auch verifizierbar sind. Dazu haben wir uns in den letzten sechs Monaten, über den Zeitraum von sechs Monaten, den Git-Commit-Graph hier abgebildet von bei Mercateo angesehen und haben die Systemzustände gebaut. Ja, also hier sehen wir Systemzustände, die grünen Punkte symbolisieren jetzt einen Zustand, wo alle Tests durchgelaufen sind und die roten Punkte symbolisieren den Zustand, wo es mindestens einen Fehler gegeben hat. Interessant für uns sind dann natürlich genau diese Übergänge, also Änderungen im Code, die von dem Entwickler gemacht worden sind, die mindestens einen Test fehlschlagen lassen. Da eben über sechs Monate 1.605 Commits untersucht und wir konnten ungefähr 50 Fehler verursachende Änderungen identifizieren. Und da ist jetzt die Frage, was ist die Zeitspanne, wie lange es dauert, bis wir den ersten Fehler finden. Und wenn wir uns RetestAll ansehen, dann sehen wir hier einen Boxplot, den kann man so interpretieren, dass die Linie in der Mitte der Box ist der Median und die Box symbolisiert das zweite und das dritte Quartil, also die Hälfte der Daten, ist innerhalb dieser Box. Das ist praktisch, weil man sieht relativ schnell, wie die Daten verteilt sind und wo sie liegen. Wir haben hier ein Median circa von 60%. Das heißt, mit RetestAll haben wir noch circa 60% der Gesamtausführungszeit im Schnitt im Median den ersten Fehler gefunden. Dazu sagen muss man da, wir haben nicht nur die Testausführungszeit gemessen, sondern die komplette Ausführungszeit des Maven Builds ohne Compile-Zeit. Und das dann verglichen mit Test-Impact-Analyse. Und bei Test-Impact-Analyse sieht der Boxplot so aus, das ist ja so schnell, dass man es wahrscheinlich von hinten gar nicht erkennen kann. Aber wie gesagt, die komplette Median Ausführungszeit und dann kann man sich nochmal das von einem anderen Blickwinkel betrachten und sich überlegen, wie ist die Verteilung. Hier im Durchschnitt sehen wir, dass 33% von der Zeit im Maven-Overhead fällt und nur 67% der Ausführungszeit eigentlich reine Testausführungszeit ist für RetestAll. Für Test-Impact-Analyse oben sieht man es relativ schlecht, deswegen zoome ich nochmal rein. Bei Test-Impact-Analyse haben wir dann nur 19% der Zeit wirklich für die Test-Ausführung ausgeführt und 81% für Maven-Overhead. Das liegt daran, weil wir 736 Maven-Module haben. Infolgedessen kann man hier sogar noch mehr optimieren, aber aus den Tests ist dann wahrscheinlich nicht mehr viel zu holen, aber wenn man hier noch optimieren will, ist ein ganz konkretes Finding auch, dass man noch am Build-Tool zusätzlich noch Optimierung rausholen kann. Gibt es dazu noch Fragen konkret? Kann es sein, dass jetzt für den Realtest trotzdem so ein bisschen Bias dabei ist, weil je nachdem wie der Entwicklungsflow ist, es gibt es teilweise Sachen, wo Unit-Tests quasi immer laufen und man natürlich jetzt zum Beispiel gerade die ITests vielleicht nicht vorm Committen laufen lässt, aber eigentlich die Unit-Tests vor jedem Commit. Also das könnte noch als extra Bias da drin sein, oder? Den man jetzt nicht sieht. Genau, also die Ausführungszeiten, die wir hier sind, das waren eben lokale Tests, das waren hauptsächlich Integrations- und Unit-Tests, aber klar, der Bias ist da natürlich noch mal drinnen. Ziel war eben eine praxisnahe Case-Study zu machen und mal zu gucken, was ist die Einsparung in der Entwicklung wirklich im produktiven Einsatz dann. Vielleicht noch eine Ergänzung, man muss bei einer empirischen Studie immer irgendeinen Tod sterben. Entweder man hat viele Fehlerdaten und die sind aber das unklar, wie praxisrelevant die sind, oder man nimmt sich die aus der Praxis, da hat man dann weniger Daten. Deswegen haben wir es trianguliert über unterschiedliche Verfahren. Wir haben noch eine Studie, die ich im Vortrag nicht gezeigt habe. Wir hatten einen anderen Studenten, der hat sich GitHub-Projekte genommen, ein paar tausend, die mit Travis CI gebaut werden, wo wir uns über ein Werkzeug rausschauen konnten, wo sind solche Paare, wo bei den Unit-Tests, die eingecheckt wurden, das gleiche Problem aufgetreten ist. Der hatte sich 60 Projekte angeschaut über ein paar tausend Versionen und hatten das gleiche Bild. Da könnte der gleiche Bias drin sein, aber dadurch, dass wir diesen großen Verbesserungen sowohl in dem Mutation-Based Benchmark gesehen haben, als auch bei Mercateo, als auch bei der GitHub-Projekte, als auch bei dem großen Automobilhersteller, bin ich ganz zuversichtlich, dass das überall drin geht. Also ich glaube sowieso sofort, dass das was bringt. Die Frage ist mir, ob noch ein bisschen mehr Bias irgendwo drin ist, den man noch ein bisschen zu tun hat. Und ich glaube, da ist die ehrliche Antwort, wie groß der Faktor ist, hängt davon ab, wie ineffizient die Tests vorher waren. Die alte Lehre ist ja auch, man hat den größten Speed-Up nicht da, wo man sich den cleversten Algorithmus ausdenkt, sondern wo man sich das Problem sucht, wo es vorher am ineffizientesten gelöst war. Weitere Fragen dazu? Dann übergebe ich wieder an Elmar. Danke dir, ich mache es wieder mit dem Mikro. Ich möchte zum Abschluss noch zeigen, was man mit den Daten noch machen kann. Wir hatten vorher schon die Frage, ob wir nicht Test-Suite-Minimization und sowas machen können. Es gibt noch ein bisschen naheliegendere Fragen, die wir beantworten können. Und zwar, wir sprechen von der Art der Analyse, die wir machen, gerne unter dem Begriff Software Intelligence. Ähnlich wie Business Intelligence, wo ich mir aus den unterschiedlichen transaktionalen Daten aus meinem Business-Versuch relevante Informationen zu extrahieren, hängen wir uns an die Daten, die in der Entwicklung und im Test anfallen. Also an Code, an Versionskontrollsystemen, an Tickets, an Test-Coverage und so weiter und beantworten die Fragen, die uns helfen sollen, effizienter zu entwickeln oder zu testen. Worüber wir gerade gesprochen haben, ist, welche Tests soll ich jetzt ausführen? Wo ich noch kurz drauf eingehen möchte, ist, wo sind Lücken in meinem Test? Weil wenn ich weiß, was sich geändert hat und was ich in welchen Tests durchlaufen habe, kann ich natürlich auch sehen, wo sind Änderungen, die ich im Test nicht durchlaufen habe. Und wir nennen das Test-Gap-Analyse. Ich habe noch zwei Beispiele mitgebracht. Das hier ist eine Tremap von einem betrieblichen Informationssystem in C-Sharp, was zum Zeitpunkt der Analyse eineinhalb Millionen Zeilen hatte, wo 30 Entwickler für sechs Monate daran gearbeitet haben und 20 Tester drei Wochen in der Test-Factory Regressions-Tests ausgeführt haben. Farben deuten folgendes, Grau ist Funktionalität, die sich seit dem letzten Release nicht verändert hat. Bunt ist der neue Code und nur wenn der grün ist, ist das so im Test zur Ausführung gekommen, wie er released wird. Alles, was rot und orange ist, ist Code, der komplett neu oder geändert ist, der in keiner Testphase, weder automatisiert noch manuell zur Ausführung gekommen ist. Wie viele Fehler in den grünen Bereichen sind, wissen wir ehrlich gesagt nicht. Wir wissen nur, dass da Testausführung vorbeigekommen ist. Wir wissen streng genommen nicht, wie gründlich da wirklich getestet wurde, weil wir nicht wissen, wo hat der Tester gerade darauf geschaut. Beim automatisierten Test wissen wir nicht, welche Sertions oder Checks sind da wirklich drin. Aber in den roten und orangenen Bereichen ist der Umkehrschluss so trivial wie richtig. Alle Fehler, die da drin sind, und wir wissen, dass Code, der frisch geändert wurde, die höchste Fehlerdichte hat. Alle Fehler, die da drin sind, keinen davon können wir gefunden haben, aber wir haben ja nichts davon im Test überhaupt ausgeführt. Das ist so nicht released worden, da sind noch andere Testphasen nachgeschoben worden. Und unser Ziel mit der Test-Gab-Analyse ist nicht, als Selbstzweck alles grün zu kriegen, sondern eine bewusste Entscheidung zu erlauben, will man es so releasen oder will man vielleicht manche Dinge nochmal nachtesten. Das hier ist die Gesamtsystemsicht. Die ist interessant, wenn es ein großes Release gibt, wo es vielleicht sogar ein Code-Freeze gibt und ein Testverantwortlicher sicher gehen will, dass man alle Test-Gabs geschlossen hat. Unsere Beobachtung ist, dadurch, dass Release-Zyklen immer kürzer werden, ist Entwicklung und Test, gerade auf Feature-Branches, immer stärker parallelisiert. Und was mich da eher interessiert, ist, auf die Ebene von einem einzelnen Ticket zu schauen. Unter Ticket verstehe ich sowas, was eine Beschreibung von der Unit of Work, die in einem Issue-Tracker drinsteht. Die heißt leider in jedem Team anders. Die heißt manchmal Bug oder Issue oder Change Request oder User Story oder Epic oder was auch immer. Immer wenn ich Ticket sage, bitte mental das hören, was es bei euch heißt. Das ist ein Screenshot aus unserer eigenen Entwicklung. Hier sieht man aus dem Jira die Ticket-Beschreibung, den Zustand, wer es bearbeitet hat und dann die Test-Gap. Wie berechnen wir das? Wir geben beim Commit an, auf welches Jira-Ticket sich das Change-Set bezieht. Und dann können wir, wenn wir die Versionshistorie auslesen, für jedes Ticket ausrechnen, welcher Code wurde angefasst, um dieses Ticket zu implementieren. Weil wir auf Code-Ebene die Coverage wissen, können wir die auf Tickets hochheben. Und dann hier auch einen Drill-Down machen und reingucken. Für dieses Ticket ist das die Tree-Map der Methoden, die angefasst wurden und dann sehen, was ist hier verändert worden und was nicht. Unsere Erfahrung ist, dass es auf der Ticket-Ebene viel handhabbarer ist und viel einfacher zu priorisieren, weil ich mit den Tickets viel näher an der Fachlichkeit bin als mit dem Gesamtcode. Und meistens ich im Versionskontrollsystem eh schon eine gewisse Kritikalität auf den Tickets hinterlegt habe und dann einfacher priorisieren kann. So, ich fasse zusammen. Retest-All ist eine sehr ineffektive Strategie, wenn ich in der Continuous Integration häufig automatisierte Tests mache. Und mit Test-Impact-Analyse können wir die Tests auswählen und so ordnen, dass wir bei jedem Test das Set ausführen in der Reihenfolge, wie es sehr schnell neue Fehler finden kann. Und von den verschiedenen Studien, sowohl über die Mutation-Based Benchmark, bei Mercateo, als auch bei den anderen genannten, finden wir in 1% der Zeit für 80% der Bills, dass mindestens ein Fehler drin ist und in 2% der Zeit für 90% der Bills. An diese Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an Mercateo, dass wir es machen durften und auch drüber reden dürfen. Und insgesamt vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. Die Frage ist jetzt wahrscheinlich nicht gut gestellt und nicht gut beantwortbar, aber Tests testen ja nicht Korrektheit, sondern sie testen, unverändertes Verhalten. Wie gut stimmt das getestete Verhalten mit dem korrekten Verhalten überein in der Praxis? Also ich habe manchmal meine Zweifel bei uns und die Frage ist, ob man so eine generelle Aussage, das hängt sicherlich von der Codebase ab, das hängt sicherlich von den Leuten ab, die die Tests geschrieben haben, das hängt sicherlich von der Disziplin ab, mit der man die ausführt, aber so gut feeling. Ich flüchte mich auf eine Anekdote, weil ich kein empirisches gut feeling habe an der Stelle. Was wir sehen ist, wir nutzen hier ja Testcoverage als ein Analysemittel. Wir sehen manche Teams, die setzen Testcoverage als ein Optimierungsziel ein. Also die sagen, unsere Abteilung braucht 80% Testcoverage oder so. Und es gibt manche Bereiche, gerade so reglementierte Bereiche wie Avionik, wo eine gewisse Testcoverage nachgewiesen werden muss, damit ich überhaupt irgendeine Zertifizierung kriege. Und in den Bereichen sehen wir häufig sogenannte Coverage-Test-Suites. Die zeichnen sich dadurch aus, dass die sehr viel ausführen und keinen einzigen Check drin haben. Das hat den Vorteil, dass die auch sehr wartungsarm sind, weil die fallen fast nie um. Aber die fehlen halt auch sehr wenig Tests. Und da ist, glaube ich, eine krasse Diskrepanz zwischen dem, was ich als Korrektheit verstehe und das, was so ein Test macht. Aber in der überwiegenden Zahl der Teams, wo Tests freiwillig geschrieben werden oder wo es manuelle Reviews auf den Tests gibt, ist das, glaube ich, nicht so eine krasse Schere zu beobachten. Und vielleicht noch einen Datenpunkt. Wir haben ein paar Kunden, die tatsächlich eine sehr hohe Testcoverage haben und auch automatisierte Tests gut im Griff haben. Und die sagen aber alle, dass sie genauso viel Code und genauso viel Entwickler und genauso viel Aufwand für die automatisierten Tests haben, wie für den Produktionscode. Also das ist nichts, was man so nebenbei macht, wenn man den Level an Testautomatisierung und Zuverlässigkeit erreichen will. Danke für die Frage. Danke für den Vortrag. Ich habe folgendes Problem im Kopf und zwar ein verteiltes System und es soll ein Akzeptanz-Test gemacht werden. Das heißt, man spricht mehrere Schnittstellen an, Sobdiameter und weitere Sachen und man bekommt den Code von irgendeinem Dienstleister und jetzt will man so Check-in-K-mäßig, so Monitoring-mäßig gewährleisten, dass das System immer funktioniert. Aber wenn man alle Permutationsdaten durchlaufen würde, wären das mehrere Tage. Dann könnte man ja mit der Test-Impact-Analyse natürlich herausfinden, welche Permutationen überhaupt sinnvoll sind, abzutesten. Also ich glaube, ich kriege mit der Test-Impact-Analyse ein ganz gutes Test-Set hin, was mir so eine Settings-Kurve schafft, dass ich mit wenig Zeit viel abdecke und dann auch hoffentlich früh viele Fehler finde. Ich glaube, deine Formulierung war, welche Permutationen sinnvoll sind. Ich bin gerade ein bisschen defensiv, weil abhängig davon, was man unter sinnvoll definiert, kann es sein, dass Test-Impact-Analyse dafür hilft oder nicht. Also wenn es darum geht, schnell die Fehler zu finden, ist Test-Impact-Analyse, glaube ich, eine gute Idee. Wenn es darum geht, einen Mutationsraum abzustecken, der möglichst realistisch für die Praxis ist, da gibt es andere Arbeiten aus dem Bereich Software-Produktlinien, wo ich einen sehr, sehr großen Konfigurationsraum habe, wo es Verfahren gibt, die clever samplen, dass ich nicht alle meine Tests im gleichen Cluster im Permutationsraum habe. Das sprengt ein bisschen den Vortrag, kann ich gerne im Nachgang was zu sagen. Und funktioniert der genannte Ansatz auch, wenn ich gar nicht den Programmcode habe, sondern nur die Systeme als Blackboxes vor mir habe und nur die APIs? Also Test-Impact-Analyse grundsätzlich schon, weil ich kann ja auch die Binarys analysieren und aufzeichnen, was wo durchläuft. Aber für Test-Impact-Analyse könnte man das, glaube ich, auch machen. Für Test-Gap-Analyse auf der Ebene oder auf der Ebene geht es nicht so gut, weil selbst wenn ich weiß, was alles geändert und nicht getestet ist, sehe ich den Binary häufig nicht vernünftig an, was ist das eigentlich für Funktionalität. Also unsere Empfehlung ist immer darauf zu drängen, dass man den Quelltext auch bekommt, gerade wenn man einen Zulieferer hat, der im eigenen Auftrag was macht. Es sieht aus, als wären wir durch. Vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit und die Fragen. Applaus